Bootsbach, erwachsen den Vollzug! Mutter, ist im Knast heute zu Besuch! Geht ja darum, dass man, äh... Meine Fresse! Seht richtig schön aus jetzt hier. Ja, ist renoviert worden. Ist doch richtig groß. Ist doch neuer, neues Main-Krankenhaus jetzt hier. Also nicht mehr K1. Nicht mehr K1. Ne, ne, hier ist jetzt neues Main-Krankenhaus. Bro, ihr kommt mir ja gar nicht mehr weg, Alter. Aktuell fest. Die Meldung kam auf jeden Fall pünktlich. Ah, ne, wenn ich dann den Namen wieder lese. Die Nummer 1, hier, hallo? Kann das eigentlich sein, dass du den ganzen Tag hier bist? Nein, Kevin. Du bist den ganzen Tag hier. Nein, bin ich nicht. Doch, Donnie, was arbeitest du eigentlich den ganzen Tag? Sei mal ehrlich. Sag ich dir doch nicht. Sag doch, ich will mal wissen, wie du dein Geld verdienst. Vielleicht mach ich's auch. Ich bin langsam pleite. Ja, du! Ja, ich will arbeiten gehen. Du musst arbeiten. Ja, ich will arbeiten gehen. Deswegen musst du mir jetzt sagen und weißt, dass man das Arbeiten geben kann. Ohne, mach Derno, du bist tot. Wenn du mich Derno machst, dann schieße ich jetzt sofort. Kevin! Nein, Kevin, Kevin! Drei. Mach Derno, wenn du eins bist, bist du tot, wenn du eins bist, bist du tot. Drei, zwei, eins. Alles klar, sehr schön. Ich seh dich, Kiwi. I see you. Jetzt bin ich fertig hier. Zack, jetzt hab ich wieder Zeit hier. Bam, Alter. Boah, mein Rücken, Alter. Wirklich. Ohne Wasser. Junge, wenn du mich s***en sollst, ich geh direkt wieder schlafen, Kevin. Ich sag dir, wie es ist, ja? Ey, ich will mit dir paintballen und gucken, wer von uns beiden besser ist. Ein für alle Mal. Du hast doch nie mit mir paintball gezockt. Noch nie, Alter. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass wir uns einfach so abschießen können, ohne dass wir uns nicht mal umsetzen müssen. Okay, wir machen noch um 10. Wer zuerst 10 hat, machen wir. Was? Wer zuerst 10 hat, ist der gewinnst. Ey, dieses... Wie kann man so abfacken mit diesem... Kevin, ich störe es dir bei Gott, ne? Ich schwöre es dir bei Gott. Wenn du mich vor dem Typen abschießen sollst, ich schreie, Junge. Ich habe gestern Kamillentee getrunken, ich habe heute Honig gegessen, damit ich mein Hals ein bisschen weicher hier, ne? Digga, du denkst, ich bin dumm, ich bin nicht ausgerüstet. Wie viel... Ja, ich habe es doch dir gesagt, Kevin, Alter. Die sind draußen von Leuten, Alter. Digga, da ist keiner drinnen. Sagst du doch. Ja, aber die kommen jetzt alle rein, nacheinander. Nein, da ist keiner rein. Wo willst du rein? Kevin! 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 Wo ist die Geschicht, Digga? Ich stehe zu mager. Ich habe doch gesagt, wenn du bei Paintball bist, erschieße ich dich. Habe ich doch gesagt, Doni. Ja, ah, 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 ah. Bitte, ray macht keinen Dispatch. Hilfe! Ich ruf, ich mache keinen Dispatch. Kevin, Junge, ja, wart ab. Ich werde dich so f***en gekämmen. Warte ab, Junge. Du machst gar nix, weil du bist echt tot. Du bist in den Handfesseln. Hörst du die? Was ist das denn? Ich steh ihn hin, bitte. Ray, das ist jetzt nicht ein End. Das machen wir jetzt mit dir, Kevin. Das ist jetzt nicht ein End, Ray. Guck mal. Finden wir vielleicht einen schönen Platz. Oh nein. Ey, wenn der mich jetzt wirklich zur ICA fällt, ist das das Allerschlechteste der ganzen Welt. So. Ach nee, du sitzt ja auf der anderen Seite. Lust. So. Dann können wir jetzt mal richtig verhandeln. Du hast mich verhandeln? Was ist denn passiert? Du hast mich überfahren letztens. Ja, und du hast mich heute überfahren. Nee, ich hab dich wirklich nicht gesehen. Du bist so... Ich hab dich auch nicht gesehen. Du hast plötzlich darüber gesprochen. Weil ich am Kopf verfolgt. Ich hatte zwei Platten gehabt. Zwei Platten und dann bin ich in die Leitplanke und wäre ich stehen geblieben, dann hätten ich mich bekommen. Mach ein Angebot. Was ist dir das, was du auch mal dabei hast wert? Und nochmal, Doni zu ärgern natürlich. Ich hab 70.000 Dollar auf der Hand. Ich geb dir 70.000 Dollar. Ist alles, was ich dahinter hab, ich schwöre. Und danach fahren wir noch zur Bank und gib dir noch 30.000 um die Offensierung bei 100. Warte ich wieder hoch. Wollte ich nur ein bisschen trollen. Danke dir. Warum schießt du jetzt? Denkst du echt? Ich lass mich entführen. Denkst du echt? Du kannst mich einfach fesseln? Und mir drohen mich da unten runter zu schmeißen. Puh. Nicht mit dem Lord. Entschuldigen Sie, Sir. Wollte kurz fragen. Haben Sie vielleicht Langwaffen-Modizont für mich? Nee, nichts da. Kann ich mir was abkaufen? Leider nichts dabei. Tut mir leid. Okay, schon. Blind schon so. Irgendwas hat der vor. Blind, du kennst mich. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Mach die Karre auf. Du kannst den Motor anmachen und dann wieder aussteigen. Ich brauche nur das Auto. Dir passiert nichts. Hörst du los, bist du tot. Ich schwöre, ich schieße sofort. Es tut mir leid, Bruder. Hier, ich geb dir 40.000 Dollar. Komm her. Es ist echt ver***ter Notfall. Hier, 40.000, Bro. Tut mir leid, man. Alles gut. Eine Frau hat angerufen, die will f***en. Ich muss sofort los. Ich glaube, ihr nehmt es mir nicht böse. Ich glaube, ihr nehmt es mir nicht böse. Guten Tag. Du kleiner H***o. Du kleiner H***o. Ich schwöre auf Gott. Was geht? Kommst du mir einmal in die Quere. Bist du einmal frech zu mir, f*** ich deine Mutter. Hast du das verstanden? Meine Nippel chillen. Das ist echt so. Chillen Sie mal Ihre Nippel, Alter. Chillen Sie mal Ihre Nippel. Tags, meine Nippels. Dann mache ich sie jeden Tags. Also, Ma'am, reden Sie sehr oft über Ihre Nippel? Nee, aber über andere Sachen. Ich mag Ihren Akzent. Ich kenne jemanden, der... Das freut's mich. Der hat den gleichen Akzent. Kennen Sie James Underwood zufällig? Nee, dann kenne ich's nicht. Ich sag ihn ehrlich, Ma'am, ne? Der hat den gleichen Akzent wie sie. Und ich liebe diesen Akzent. Der ist so sympathisch. Äh, das freut's mich. Wie heißen Sie? Äh, Tina. Alles klar. Schönen Tag noch, Tina, ne? Danke, Imsos. Tschüss. Wo bist du? Ich bin hier, äh, Pillbox. Ich bin vor Pill... Ach so, hier bin vor Filigabank. Kevin! 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 Hilfe! Hilfe! Oh, wie so ne F***. Ja, das ist der Kevin. Ja, das ist der Kevin. Ja, das ist der Kevin. Hilf, gehol die neu. Hilfe! Einmal aussteigen. Ja, halten Sie beide an. Hallo, der ist erst geschossen. Halten Sie beide an. Dann halten Sie jetzt beide an. So, aussteigen jetzt, beide. Ja. Ja, halten Sie beide an. Dann beide aussteigen aus dem Fahrzeug jetzt. Ja. Dann beide anhalten. Der hat auf meine Reifen geschossen. So. Wieso schießt er auf meine Reifen? Den bleiben wir jetzt. Ihr habt's ganz genau gesehen. Einmal hier auf dem Bordstein. Einmal hier auf dem Bordstein zu mir. Hier mit den Locken. Kevin ist schuld. Ich hab euch auch so mal gesagt. Was ist denn das hier für ein Rambatsamba? Ja, was muss das sein? Ich hab gesehen, wie ihr euch gegen euch abgekündigt habt. Ne, ich muss sagen... Ja, als Not wäre es nicht mehr hier vorgegeben, oder was? Nein, als Not wäre es nicht mehr hier vorgegeben, oder was? Nein, als Not wäre es nicht mehr hier vorgegeben, oder was? Jungs, es kann nicht sein, dass ihr euch jeden... Hört mir mal eben zu. Es kann nicht sein, dass ihr euch jeden zweiten Tag gegenseitig in den Arsch... Das muss nicht sein. Das gibt mir... Ey, Officer... Ohne Witz... Seh ich genauso. Es wär schön, wenn ich einfach mal durch den Arsch fahren könnte... Oh, dass mir jemand einfach... Einfach aus Witz auf mein Reifen schießt! Jaja... Jeden Tag, oder jeden zweiten Tag, muss ich mitbekommen, wie ihr euch klingelt. Ich will euch jetzt hier nicht ficken, ja? Ey Kevin, lass mich doch einfach in Ruhe, Mann! Pass auf! Nein! Fakt ist, steigt eure Krachen und geht auseinander. Einer fährt ins, einer fährt rechts. Ich will nicht mal sehen. Ich will euch noch einmal sehen. Ich sag euch das einmal jetzt. Bleibt mal noch passiert. Dann... Ich will noch einmal sehen. Kommt ihr beide in den Knast, ja? Danke, Sir. Kevin, jetzt hör auf damit! Immer ich bin schuld, Junge. Kevin, Alter. Das ist keine Minute dauern, glauben Sie mir. Ein paar Sekunden später... Hilfe! 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 Kevin! Kevin, hör auf damit! Hilfe! Hilfe! Sag ich doch jetzt, oder? Hilfe! Ich sag es doch, Alter Trainer! Ich brenne, ich brenne, ich brenne! Sag es doch, Alter! Keiner hört mir wieder zu! Hör mal! Eine Lampe, eine stehen bleiben! Ey, aber ohne Witzkitzel! Nein, 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 nein! Wieso werde ich jetzt wieder gef... Doni steht vom PD! Ballert auf mich! Ich schieße zurück! Wir schießen beide! Drehen Sie sich einmal um! Ich werde den einmal die Hand nehmen! Ja, das kann doch nicht wahr sagen! Ist mal ehrlich! Drehen Sie sich um! Brauchst nicht rumschreiten! Beruhig dich jetzt! Warum wird auf mich der PD geschossen? Aber auf ihn wird nicht geschossen! Ja, aber warum denn? Nein! Ach, FAB ist auch schon da! Guten Tag, FAB-Beamter! Hallo! Was machen Sie denn hier, FAB? Ich will Sie nicht tasern! Ich will Sie auch nicht tasern! Ja, Sie können mich auch nicht tasern, weil Sie keine Ahnung haben! Hält, nein! Ah, dem wird... Am Würfelpark, Würfelpark! Die Sonne klöst! Wir stehen bleiben, ansonsten schießen wir auch auf sie weiter! Ich scheppere gegen FAB! Warum hast du die Karre auch zugemacht?! Wieso macht der denn die Karre zu?! Wieso macht der denn die Karre zu, Bruder?! Wieso macht der denn die Karre zu?! Was ist das denn für ein Typ?! Willst du gegen das ganze FAB und Cops scheppern zu zweit?! Also, Bootsbach, Erwachsenenvorzug ist komplett safe! Ach so, wegen Bug! Ja, kann auch sein, wegen Bug! Ja, okay! Der hat mal nie so viele Geschwindigkeits-Tickets gesehen, hat er... Holy Shit! Perfekt! 8-8-1-2! Alles favorite für alles Freunde! Aber, Bruder, hör mir zu, ich hatte auch mal Träume! Und deswegen bin ich auch nur noch am Hassen! Ich mach, worauf ich Bock habe, auch wenn sie mich hassen! Oh, ja! Bruder, bin jetzt da! Alte Freunde sehen mich heute als ein Superstar! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!